Du bist wirklich mein krassester Gegner hier, ja Wallah. Ich hoffe, wir streiten bald wieder, ja, ich höre, wir werden noch. Inschallah nicht. Warum willst du dich streiten? Warum? Damit die Zuschauer hochgehen. Komm, 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 komm. Die Dünya ist kalt. Sag auf die Eins, Wallah. Assalamu alaikum, Yassir. Wa alaikum, Salamu alaikum, wie geht's dir? Alles gut? Salamu alaikum, Alhamdulillah. Assalamu alaikum, Yassir, und was mit mir? Wollte ich doch gerade sagen, er hat doch geantwortet. Assalamu alaikum im Allgemeinen. Ja, er hat doch geantwortet, danach kannst du auch antworten, er war doch am antworten. Nein, eip ist das, ja. Dünya ist kalt, wollt ihr auch reinkommen, habt ihr ihn eingeladen? 45er, tu, tu, tu diese Maskara rein. Wer? Ich glaube, Yassir hat schon jemanden reingeholt. Nein, nein, tu ihn rein. Er macht sich schon hier rein. Der ist schon weg, wo ist der? Okay, mach ich. Komm, lass eine Runde, weil ich geh weiter Frauen klär. Und Diego, Habibi, Don Diego. Lass eine Runde und ich geh weiter. Ne, ich klär keine Frauen, niemals im Leben. Ja, doch damit. Assalamu alaikum, Bedine. Alikum salam, hi. Bedine, kennst du Yassir? Er kommt auch aus Berlin. Hast du ihn mal gesehen vielleicht? Scheinheilige? Nein. Oh, ist der hässlich? Aber da hast du recht, der ist hässlich. Warte. Bist du Krankenschwester? Nein. Warum? Sieh ich aus, als hätt ich einen Kittel an? Ja, wala. Ich schwöre, oder? Siehst du aus? Nein, das ist ein Pulli. Man denkt, du bist gerade bei Nachtschicht. Ja. Nein, ich bin so. Tipp, Leute. Ich bin zu Hause. Bist du aus Berlin? Ja. Wo aus Berlin? Bezirk, mein ich. In Charlottenburg, Wilmersdorf. Was der Ding ist Parasen, Parasen, lieber nicht die Straße, sonst ist Barellomong da. Deswegen, ja. Komm, Puderstraße, wir essen zusammen alle Pizza. Und Aua, Aua. Aber dann bezahlst du 3049. Und 50 Cent Rinkgeld. Hey, 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 hey. Papa, habe ich auf die einen. Barello, was isst du da? Hundefutter? Der weiß selber nicht was. Der weiß nicht. Wallah, das war krass. Wallah, mit denen man merkt, dass du und Jesse über 30 seid. Wallah. Nein. Warum? Sie reden mit mir. Warum legst du meinen Namen in deinem Mund? Warum? Nein, nein. Scheiße. Ey, aber wie kann dieser Satz jetzt rausgeschossen werden? Der war richtig gut gerade, Wallah. Darf ich was sagen? Ich dachte so, weil man die Dose nur von oben gesehen hat und das sah so aus dem Hundefutter. Gleich nimmst du meinen Namen in den Mund, weil ich lache. Barello. Was ist denn? Hallo, Sila. Barello, wie traut sie sich so was zu dir zu sagen? Nein, das war nicht böse. Das war meine Frau. Wenn die mir sagen, bell mich an, ich bell sie an. Wallah. Okay, mach mal. Bell mich an. Wenn wir uns sehen, bell ich dich woanders an. Scheiße. Ey, scheiße, ja. Der bleibt der Tipp. Ähm, Breaking News? Ja. Warum kann man dich nicht sehen? Weil ich bin unsichtbar. Du bist unsichtbar. Und woher kommt der Unsichtbare? Der kommt daher, woher du willst. Aus Hannover kommt er. Hamburg, Hamburg. Und wie alt ist der Unsichtbare? Ich bin 23. Du? Ich bin 30. Geil. Was arbeitst du bedienen? Ähm, Altenpflege und so Beauty-Zeug. Ah. Aber es ist trotzdem kein Kittel, ja? Aber, wala, man, man, man. Okay, Yase, mir geht's ... Guter. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Mit bisschen ... Erst mal du dein Hundefutter weiter, ey. Ha, 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 ha. Wallah. Wallah. Wallah, Yase, fayas, ja. Wie ich die drauf gekommen, Al, was hast du da? Hundefutter? Ey, Schiss. Ey, Barrello, was sagt Medina zu dir, ja? Wie du beerdigst sie nicht? Ey, du Unsichtbarer. Barrello, wie traut sie sich das? Ja, ja, weil ich hab sie noch nie irgendwo gesehen in echt. Wunder. Ach so. In echt? Aber jetzt siehst du sie doch. Ja, vom TikTok kann ich nix, Yase, neben mir bist du auch anders. Oh, aber warte, willst du mir jetzt sagen, dass wenn ich neben dir bin, dass ich anders bin? Aber wie anders, Barrello? Negativ? Positiv. Also ich glaube, neben dir war er anders. Da hast du ein Video gemacht. Na ja, neben mir, wenn ich sage, komm tanzen, dann tanzt direkt mit mir. Ja, das stimmt. Da ist er da. Jawohl. Äh, Barrello ist live neben mir wie so ein Zwölfjähriger. Ja. Aber auch Resultanz? Ich schwöre in echt, hast du nicht getanzt, wo wir uns getroffen haben? Wie getanzt? Auf TikTok. Wir haben doch zusammen getanzt auf TikTok. Ja, siehst du, aber wenn ich dir sage, das machst du nicht, aber in echt musst du. Wie in echt? In echt nicht, wenn wir uns sehen, wie? Ja, was muss ich? Er sagt, ihr habt zusammen getanzt. Ja, wir haben doch Video gemacht. Ja, das meint er doch. Ja, er sagt doch nichts anderes. Er ist gerade raus aus dem Konzept. Ja, Barrello. Wie findest du den Rapper Ali Bumaye, wenn ich fragen darf? Oder Samra oder so? Bonusmodel. Wieso fragst du? Oder Samra. Hä, weil die auf Berlin kommen? Wie soll ich die finden? Ganz normal. Kennst du Nadel Jindowi? Ja, also was heißt kennst du? Ja. Man sieht sich halt. Wie sieht ihr euch? Also geht da seine Frau fremd? Na, oha, Barrello. Was sagst du da? Ich hab mich doch verbessert. Ich hab ihn mal gesehen. Nicht mal. Hast du heute Medo gesehen mit Palästina-Fahne auf sein Konzert? Ehrlich? Ja, ja. Und heute hat Islam-Macherchef auch den UFC geholt. Der ist mit Palästina-Fahne rein und raus. Aber der hat mich enttäuscht beim Boxen. Hat mir nicht so gefallen. Oh Allah, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Die ganze Veranstaltung hat für Palästina geschrien. Ja, ja. Aber ich meine, was Kampf angeht von ihm. Ich finde, alle Kämpfe waren spannend heute. Ja, aber ich hab von ihm erwartet. Oh Allah. Hamza und Islam haben gewonnen. Beide? Ja, ja. Beide haben gewonnen. Ja, Frise, könnte echt sein. Zeit hat auch gewonnen. Zeit ist sehr stark. Ich glaube, er würde nur eine Runde weiter gehen. Der andere würde gewinnen. Wer? Welcher andere? Der. Aber der letzte war gut. Der letzte war gut. Bruder, sag doch mal. Wer ist der letzte? Wer ist der letzte? Hamza. Hamza hat vorletzter gekauft. Vorletzter Kampf. Ja, vorletzter Kampf. Also ich hab ein bisschen mehr. Der letzte Kampf gegen. Danke schön, Neko. Ja, gegen Osman und so. Danke, Kocak. Weil der ist richtig gehypt und so. Man erwartet mehr von ihm. Aber trotzdem war gut. Aber der letzte war gut. Wallah, direkt A.O. geschickt. Mit einmal Treten auf den Kopf. Ja, das war Islam. Wallah, ich will mit dir mal MMA machen. Sind wir doch gewohnt. Wallah, du und nicht MMA. Wallah. 21,8. Bro, ich weiß, was das ist. Brauchst du nicht nicht schreiben. Zicke, ich küsse dann jetzt. Du weißt, was das ist. Weil du auch. Wovon träumst du nachts? Was sag ich nicht? Sind du nicht verheiratet oder vergeben? Was? Verheiratet? Vergeben? Bist du nicht? Nein, nein. Ich rede nicht mit dir, Barilla. Danke. Nein, bin ich nicht. Warum? Also ich habe eine Tochter. Ich war verheiratet. Aber ich bin seit fünf Jahren geschieden. Medina, Yasser, seine Villa ist richtig groß. Und ich bin nicht käuflich. Das habe ich doch gar nicht gesagt, Alter. Ich hätte nur gesagt, seine Villa ist... Ich habe das ja auch nur so in die Luft geworfen. Medina. Ja. Aber warum erwähnen Sie? War Saga ist Single. Nochmal? War Saga ist Single. Schön für ihn. Dankeschön. Bairello ist schwanger. War Saga. Bist du besoffen? Du lachst bei jeder Scheiße, Alter. So kämpfer dich nicht, dass du bei jeder Scheiße mitlachst. Ich bin positiv heute. Positiv. Ich habe gute Laune verbreitet. Komm, gib zu. Du hast gute Laune verbreitet? Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich bin ehrlich mit dir. Ich bin dir dankbar, ja? Du machst viele Menschen glücklich im Leben. Indem du... Indem du... Indem du... Indem du... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Danke, Nado. Dankeschön. Ich kriegst dein Herz an. Ah. Ah. Warte ab. Aber hey, Yasser. Yasser, Wallas, ein neuer Schnitt und diese braunen und so. Da steht ihn. Der sieht besser aus langsam. Ja, morgen spiele ich um Glatze. Ach du Scheiße. Wie, warum? Ja, mit Umut. Ja, weil kein Para kommt. Yasser, aua, aua. Ey, Merlin, wenn du weißt, was 21 Komma weiß, weiß ich, was heißt diese Sache, ne? Warum erwähnst du das überhaupt? Ja. Ich binайтесь... Jur oä, indent schief. Verst du nun sie auch immer. Ja, du gull glaube ich interface mit haром. Ja, ich bin Untertitelung des ZDF, 2020